Kai macht's gut. Du kannst nicht zu nahe durchstehen, das kann ich nicht filmen. Und langsamer, du kannst nicht so schnell die Kräule fahren, nicht so schnell. Dann halte du den manchmal inzwischen durch schnell an, über Light, Rechtswind. Und du musst möglichst realistisch über den Fuss. Das heisst, wir wollen es so machen, das ist wirklich viel etwas so in den richtigen. Kräule. Jetzt hast du total nicht eine Störung, du kürst immer eine Störung, wie Minus. Und fahr nie freihändig. Das ist der Papi dran. Das ist der Papi dran. Das ist der Papi dran.